2. April 2018 14.49 Uhr Frankfurts Ante Ribic verletzte sich gegen Werder Bremen an der Wade Eintracht Frankfurt muss in der entscheidenden Phase der Saison für etwa vier Wochen auf seinen Stürmer Ante Ribic verzichten. Der kroatische Nationalspieler erlitt bei der 1 zu 2 Niederlage in Bremen einen Muskelfaserriss in der Wade. Abwehrspieler Marco Rass zog sich in Serpartie eine starke Prellung des Spanns zu. Der 32 Jahre alte Routinier könnte nach Angaben des Vereins aber rechtzeitig zum nächsten Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim am Sonntag wieder fit werden.